So, der liebe Oliver hier hat mir gerade gezeigt, wie man 64 Eimer stacken kann. Normalerweise sind die Eimer 16-fach gestackt und mit dem Trick kann man die auf 64 hochstacken. Man braucht einen Enchantment-Table und 65 Eimer. Das heißt, am Anfang klickt man den Enchantment-Table an und dann muss man mit Hotkeys die Eimer hier rein verschieben. Den zweiten kann man einfach reinlegen, dann hat man 31, kann man es wieder zurücklegen. Den Trick wiederholen wir einfach mit den Hotkey 3, dann nehmen wir uns den hier wieder dazu, legen den auf Slot 2. Dann wieder denselben Trick mit Hotkey 1, wir nehmen uns die 31 Eimer, legen dazu haben 61. So, und jetzt wieder mit Hotkey 1 reinlegen, wir nehmen die 4 Eimer und haben 64 Eimer gesteckt. So schnell kann man zusammen stacken und dann kann man sozusagen, das weiß ich nicht, die EC legen oder sonst was. Mache ich mal hier die EC mit der 1 reinlegen und dann kann man sagen, guck mal, ich habe 64 Eimer gesteckt. Hast du sowas auch in deiner EC, kann man dann cool damit rangehen. Also, vielen Dank, lieber Oliver. Bitte. Und ja, das ist dann wieder ein kleines Tutorial. Macht's gut, ciao, ciao. Nicht vergessen, Daumen hoch, abonnieren und Biennats und Käse. Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao.